So, also die Einstellungen sollten passen, ja, Frau Keitzer, jetzt machen wir das ordentlich und jetzt können die Leute kommen, gezahlt haben wir sie, also los geht's jetzt, füllen wir das mal. Manchmal fühlt es sich so an, als würden wir durch das Leben eilen, ohne Zeit dafür zu haben, das Glück zu finden, nach dem wir suchen, aber was wäre, wenn wir unsere Erfüllung nicht in Zufall überlassen müssen, was wäre, wenn es einen Ort gäbe, an dem wir die Kontrolle über unser Glück selbst in die Hand nehmen könnten. Willkommen bei Be Shipped, dem Datingportal, das erschaffen wurde, um die Suche nach Liebe zu vereinfachen. Bei Be Shipped geht es nicht darum, jemanden zu finden, der uns oberflächlich anspricht, es geht vielmehr darum, jemanden zu finden, mit dem wir auch innerlich harmonieren. Egal, ob du nach einer langfristigen Beziehung suchst oder einfach jemanden finden möchtest, mit dem du dich tief verbunden fühlst, Be Shipped ist der Ort, an dem echte Beziehungen entstehen. Also, ich finde Be Shipped richtig super. Durch die Plattform habe ich meinen Freund jetzt gefunden und ich bin sehr glücklich damit. Also, ich bin wirklich froh, dass ich Be Shipped genutzt habe. Durch die Plattform habe ich jemanden gefunden. Es war wirklich einfach, Leute kennenzulernen und es hat mir geholfen, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Mein Match und ich, also mein Partner, wir sind jetzt auch schon seit drei Monaten zusammen, aber wir haben gemerkt, dass das irgendwie nicht so das Richtige ist. Also, wir passen irgendwie nicht zusammen und eigentlich hat Be Shipped im Endeffekt gar nichts gebracht. Stopp, 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 das passt überhaupt nicht. Das ist ja Cut, Cut. So ein Unsinn. Wir verkaufen da was. Entschuldigung, sie sind gefeuert. Überlass nicht alles dem Schicksal. Versuche es jetzt mit Be Shipped. Entdecke, wie einfach es ist, den Traumpartner fürs Leben zu finden.